Schatz, nicht zu viel Bremse, ne? Hast du dich herumgedreht? Du musst jetzt immer die Bremseinstellungen dabei behalten, ne? Das ist viel zu viel Bremse, hast du mir falsch Das ist so gut, die Bremseinstellungen dabei Sie ihn kommen? Ja Sie ihn zu? Ja, ich sah den hole Good fish You can do this, Kate Just don't flip the rod too tight Oh, das ist summing It's alright, it's the strongest hole in the world, mate I think I'm going to want to get her up high If this fish keeps going in this direction We just have to check that this Lift the rod up, so I can see how much drag you're fishing Speed on me on here Nicht, nicht Here, get your missus No, she's alright So, one foot nach vorne I'm not letting her go, mate Setz dich hin, setz dich hin Let us sit down There you go Yep Self made hook up Yes Yes There's another gimbal in the harness We got an ankle band, we're going to want to get her up high Alright, one of my bags We got to get her up high Fast end She's only a half No, she's just She just said sorry that she hooked it Ha 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 That's funny Alright, get rid of that Okay Oh, Schatz Which arm first? Lass us einfach fallen Hang on, we'll do that first Water hoch Where's the strap, mate? Water hoch Where's the strap, Roz? Here Is that it? Yeah, yeah, yeah Hang on Sorry, Kato, I made it You alright? No Oh, I clipped the skin in between No No, 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 no It's dangerous Okay Hold, hold the side Yeah Lift the rod up Okay Now we got to hang on Have you seen her? No, hang on I'm not in here Yeah Bring your nice guys One foot forward Show it is No, with one foot there and with the other here That's what you have to see Oh, you are You can do this I have no idea how much drag that is I don't think it works So I can't really tell By the bend or even I don't think it works So I can't really tell That's what we're having to take her Ich hatte Angst, wenn ich zu wenig Bremse fischere, dass hier ein Haken zu setzen. Ja, aber dann musst du uns wieder zurückdrehen. Ich hab doch von hier aus gesehen, die Route überwunter und die war ja ein bisschen ins Griffstück gebogen, da hättest du normalerweise paf, nur durchfeiern. Das musst du doch merken, wenn du nicht fast so ein Felsen reißt, dass so ein bisschen viel Bremse ist, oder? Ich glaube, es ist ein Felsenreiß. Hä? Nee, aber du siehst ja, wenn hier ein bisschen was Wellen reinkommen, dann... Ja, ja, ist okay da. Komm, 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 komm.